Maniacs vs. die Goldblitzer Nächste Mannschaft hier Achso, ich wollte ja eigentlich Helio Oh, schon wieder vergessen Die Goldblitzer Okay Ja, okay, okay Dann machen wir das mal eben hier manuell So, ich wollte ja Helio wieder mal reinpacken Oh, wir könnten mal Blitzausbruch mal nutzen Warum nicht Machen wir mal so ganz kurz Äh, nein, nicht Items So, los wollte ich gehen Einmal direkt Einmal wechseln Sehen wir das auch mal Oh, das ist abseits schon Okay Hätte gedacht, das hätte noch funktioniert mit Doppelpassen So, Marc, geh mal nach vorne Wird gerne mal Blitzausbruch mal wieder sehen Du kommst nicht vorbei Nein, 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 mein Freundchen So nicht So nicht Das ist hier für dich, Marc Keine Kampfgeist Berufung Ja, dann Blitzausbruch Let's go Wow Kann er sogar zwei einsetzen Mit Test Guard und Zoll Nice Jetzt sehen wir mal was anderes Oh, was? Er haut ein Crit raus Wo sind wir denn hier? Das geht ja gar nicht Trümmersturm Let's go Ja, er steht leider abseits Deswegen können wir ihn nicht anspielen Und schießen einfach mal drauf Gucken, was jetzt passiert War das jetzt nur einmalig, bitte? Mein Gott Okay Wir kriegen das noch hin Das kriegen wir noch hin Ich glaube an das Team So, Simeon Die erste Mannschaft Die ein bisschen mehr Probleme macht Aber Wir sind noch nicht fertig Definitiv nein So Blitzausbruch Attack Mit Bellatrix Und Test Guard Okay So Jetzt müsste es aber drin sein, oder? Der kriegt doch nicht nochmal einen Crit, oder? Das wär's jetzt Das Wär's jetzt Hallo Hör auf zu blocken Gerätablockter Oh no Äh Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Das gefällt mir gerade überhaupt nicht Dass wir hier gerade so mech Auf die Was sie kriegen Von meiner Mannschaft hier Ich kann nichts gerade machen, ne? Muss wechseln Ah, der ist schwong 24 Äh, der macht aber mehr Der macht minimal mehr Das stört mich gerade ein wenig Steht 0-0 Aber das ändern wir jetzt hier Sol macht das jetzt hier Das 1-0 mit Sonnenwind Komm Komm Das kann es doch nicht angehen hier Müssen gleich mal gucken Wie wir die andere Tore schießen werden Oh Das ist es jetzt Na ja Das ist es Gott sei Dank Die erste Mannschaft, die etwas herausfordernder ist Sehr gut So, wir packen Sol und Lancer Hier dann nach vorne Äh Gut gerne Das so machen Wenn du noch Blutsauger bist Quasi Wir haben auf jeden Fall noch Einiges Einige Möglichkeiten noch So Ich musste gerade Wortfindung finden So Du gehst mal nach vorne Sehr Schön Kein Abseits Und Astroknaller Soll jetzt schön Reinknallen Hier Komm schon Bellatrix Mach doch nicht sowas Du sollst Du sollst Das reicht vielleicht noch Ja, es reicht Aber Astroknaller Macht aber auch nicht Viel Damage Egal 2-0 Zwei Tore Ich bin zufrieden Hat lange genug gedauert Erste Halbzeit Ist damit jetzt Vorbei Was okay ist Was ziemlich okay ist Schicker mir mich nicht Okay War das nicht faszinierend? Das stimmt Das war's Gucken wir mal Dass wir vielleicht Hier direkt Den Ball Für uns gewinnen Sehr gut Oh, ich wollte gerade Ihn austricksen Naja Jawohl Ich kann eh Kein Sonnenbild Man nutzen Das macht keinen Unterschied Naja Das kostet ein wenig Zu viel Aber vielleicht Kriege ich es hin Naja 130 Oh mein Gott Der haut richtig rein So, Lancer Willkommt Den Ball Wir gehen ein bisschen Näher ran Und Hauen mal Ein Schattensperr raus Let's go 279 Level up 129 Der ist Nochmal ein Stück Stärker geworden Nach der Pause Hilfe Egal Wir brauchen noch Zwei Tore Die holen wir uns Auch noch Wir haben ja noch Hexahammer Wir haben noch Asro Knaller Ja Wir haben noch Einiges Empeddo Wir können noch Schattensperr noch nutzen So Durchstarter Ist okay Wir holen uns den Ball Könnte schwarze Asche Noch nutzen Ich glaube Ne 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 Ist okay Nehmen wir einfach jetzt Das hier Trümmersturm Kein Problem Ah Ich hab doch Wollte doch abspielen Kein Abseits Perfekt Und Blutsaugerbiss Let's go Ja Könne 300 Easy Easy Am Anfang Saß nicht so gut aus Aber jetzt Wir kommen zurück Wir kommen zurück Wie schmeckt euch das Eure Niederlage Können eigentlich direkt auch Können wir den Ball haben Packensperr Oder Ne Wir machen Hexahammer Ist er nicht erschöpft Obwohl Blocken wir jetzt Ja Der blockt Ne Bedreherblocker Oh mein Gott Der blockt Oh shit No way Hol dir den Ball Nice Ich dachte der wäre erschöpft Aber Seine Leiste ist wieder leer Fällt mir gar nicht Aber das kann man Mach nicht so viel Ne Ne Wenn er bei 130 bleibt Dann Hält er den Ball Zwar Aber diesmal nicht Diesmal ist er weit runter Glück gehabt Dass nur 117 rauskam Und keine 130 Dann hätte er ihn gehalten Oh nice Ähm Wir können das hier nochmal Nach vorne packen Und Yes Keine Items Nein Holter Zurück gehen So So Hol Sich den Ball Wieder mit Dschungelschwung Let's go Bats So Haben wir eigentlich noch Schattensperr Ja ne Ja Haben wir noch V2 Okay Kommt noch ein Block Durch Ne Ich dachte Boah ist schon wieder ein Crit Ach Geh mir doch nicht Auf die Nerven Aber ich hab die 5-0 schon erreicht Das zweite Mal schon Unglaublich So Wir können noch Saugstubber Nutzen Warum nicht Abseits Kein Abseits Kriegen wir vielleicht sogar noch ein Tor hin Ah 124 Ah Jetzt macht er Walt Dank Im Ernst Okay Interessant Dass er jetzt was einsetzt Ah Egal 5-0 Das ist das Ziel Hat Der Torhüter war diesmal anstrengender Aber Wir haben trotzdem gewonnen Jawohl Er will man noch gar nicht 5-0 Erstrang Easy peasy Wir haben verloren Passage Freine Große Fußballliga So sieht's aus Und Drei Münzen Drei Violette Münzen Ziemlich nice Und Edelhandschuhe Schön Ähm Ja Wenn's euch gefallen hat Dann lasst es mich wissen Und wir sehen uns hoffentlich dann Beim nächsten Spiel wieder Also Bis dann Dann lasst es mich 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 Dann lasst es mich